Are you ready for some Lime Music? Herzlich willkommen zu einem brandneuen News for Friends Spezial. Wir sind hier im Kolosseum Theater in Essen bei der Verleihung der FarmUp Awards. Ja und das sind quasi die Oscars der Eventbranche und wir haben uns sehr gefreut, als man uns gebeten hat, hier mit einem ganz besonderen Act auf der Aftershow-Party für beste Stimmung zu sorgen. Den möchten wir Ihnen heute vorstellen. Ladies and Gentlemen, hier ist DJ Plus. Fantastisch! Eine coole Party, eine Kombination aus DJ und Live-Musik finde ich eh super. Die Wände sind super! Gutes Musikkonzept! Ich hab so wackelt was zu tanzen, die ganze Zeit! Alle tanzen, die Musik ist Wahnsinn! Man merkt mit wie viel Liebe da gearbeitet wird. Sie rocken das Haus und so kennt man es eben von Music for Friends. Wunderbar, vielen Dank für alles! DJ Plus hat sich in diesem Jahr zu einem unserer erfolgreichsten Acts entwickelt. Auch deshalb, weil die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten und Besetzungsgrößen ein echtes Plus sind für die unterschiedlichsten Events. Ob auf der IAA, beim deutschen Premium Sportwagenhersteller, auf internationalen Fashion Shows oder beim kommenden Bundespresseball in Berlin. DJ Plus ist der gefragte musikalische Top-Act auf jeder Bühnengröße. Oh, 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 oh Your Sex is on fire And we're the ones to transpire Unsere Kunden schätzen den modernen, stylischen Look der Welt. Und zum ersten Mal haben wir mit dem DJ-Plus-Design-Table ein eigenes DJ-Pult entworfen und bauen lassen, damit ein optisches Highlight im Raum zu sehen ist und natürlich dieses schwebende Pult den Blick auf die Performance der Künstler freigibt. Ich bin Levin Blühl, ich bin 27 Jahre alt und bin Sänger bei Music for Friends, bei DJ-Plus. Wir können eigentlich die ganze Bandbreite bedienen, weil der DJ halt den Originalsound geben kann und das macht unfassbar Spaß. So, heute machen wir mal die Abmoderation. Zum einen laden wir euch ganz herzlich auf unsere neue DJ-Plus-Website ein. Dort findet ihr tolle neue Präsentationsvideos und natürlich freuen wir uns auch schon jetzt auf eure nächsten Anfragen. Ja, und zum anderen möchten wir uns ganz herzlich im Namen aller unserer Music for Friends-Künstler bei euch bedanken, denn ihr habt mit euren vielen, vielen Buchungen dieses Jahr zum Erfolgreichsten der Music for Friends-Geschichte gemacht. Dankeschön und bis ganz bald bei eurem nächsten Event. Dankeschön und bis zum anderen.